Jo Leute, MEGSTAR hier und heute spielen wir Landwirtschaft Simulator 17 und wir werden heute Tiere kaufen und wir fahren zum Feld 37 und wenn euch das Video gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da oder schreibt mir in die Kommentare und ihr könnt mich kostenlos abonnieren. Wir haben 73.000. Ich habe mir Geld gecheatet, weil ich habe gedacht, weil so viele spielen ja den RS-17 und sind schon so weit und ich habe gedacht, ich cheate mir mal Geld damit, damit ich auch mal beim LS-17 irgendwann ein bisschen vorwärtskomme, weil ihr wisst ja, letztens Spielstände vom letzten Mal, die sind ja nicht gut geworden. Nicht gut fällt, wo ist das Feld? LOL. Ah, wo ist das Feld 37? Wo ist das? Ich suche es. Was? Sag mir nicht, dass das... Schau ich da etwa falsch? So ist das Feld... Ähm, ich glaube... Stimmt hier etwas nicht? Ich glaube, wir müssen wieder neu einsteigen. Hey, irgendwas ist da komisch. Das kann doch nicht sein. Ist das wirklich beim 37? Ich muss mal nachgucken. Ach, gibt's doch nicht. Loll, es ist beim Feld 31. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wirklich, dann fällt 37. Ja, sorry, ich habe nicht aufgepasst. Loll, jetzt muss ich sogar nachgucken. Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal da die Abkürzung. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. So, wir sind gleich da, äh, die Schweine müssen wir noch neu kaufen. Ich kaufe zuerst mal. So, Tiermenü öffnen, so, ähm, und zwar, ich will ein Schwein. So, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kaufe mir einfach mal so viele, wie es Platz hat. Nicht genügend Geld. Ja, dann kauf mir ein bisschen, nicht genügend Geld. Nicht genügend Geld. Ja. Wir haben jetzt 16. 10. Äh. Waa. Lol. Zolltäglich. Okay, nehmen wir noch 6 Schweine rein Ich habe sie jetzt nicht Ich hätte mit dem Anhänger dahin fahren müssen weil sonst werden sie geliefert Das ist Nachtpäure So Wir bringen diese Schweine nach Hause Und wir haben 22 Uhr 33 Uhr So Diesmal haben wir zum Glück einmal einen schnelleren verabredet 3K Weil die anderen waren nicht mehr so langsam Also eigentlich Diese Map ist eigentlich schön Ist auch schön Die West Beach Hills Map von LS15 hat mir auch gefallen Die war auch sehr schön Aber diese da auch Und die Björnholm Map war auch schön Die war zwar nicht in USA aber trotzdem war sie schön So Die Hühner muss man glaube ich einzeln kaufen Die kann man glaube ich dort im Feld 31 kaufen So Ich bin jetzt irgendwie Ich habe keine Ahnung Wieso ich so wenig spreche Ich bin irgendwie ein bisschen konzentrier Aber ich finde es jetzt einmal schön dass wir in der Nacht mal da fahren Ich überlege mir jetzt gerade ob wir vielleicht noch Geld cheaten wollen oder ob ich das in der nächsten Folge besser soll Wir werden glaube ich uns auch auf der Warte schau mal Ja wir könnten auch auf der Bank leihen Futter sollte ich noch für die Tiere haben Futter sollte ich noch für die Tiere haben Da braucht Da müsste ich ja einen Futter-Mischwagen haben Wenn wir jetzt da die Schweine gebracht haben dann Und falls wir auf der Bank Also falls wir kein Geld mehr auf der Bank haben ist es kein Problem Weil wir haben jetzt genug Maschinen und Geräte So Eigentlich hätte ich Eigentlich wäre besser gewesen ich hätte mehr als 1 Million 1 Million Euro gecheatet Weil Wie radet jetzt man? Oh falsch 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 Da muss man ja nicht da Tja ich bin Ich bin so doof Ich habe Ich habe einfach die Schweine beim Futtertruck Abladen Abladen Wollen So Ähm So Hier Das Menü öffnen Also Abladen 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 Alle Abladen So alle Bestätigen Ja 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 So So Ähm Ich Wir nehmen jetzt mal Wir nehmen Ups Nein Wir haben doch nicht so viel Ähm Ich würde mal sagen Was mit den Futamish-Wagen Machen wir in der nächsten Folge Ähm Vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zu der nächsten Folge Tschüss Tschüss